Willkommen zurück meine lieben Freunde zu einer weiteren Folge von Resident Evil via Remake. Ja, wir haben jetzt einige Sachen wieder geholt. Auch die neue Schrotflinte. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal weiter. Bin mal gespannt was uns so erwarten wird. Ja Ashley, kommst du jetzt mal mit? Na sorry. Aber, naja. Ja, gut, gut. Ich hatte ja überlegt, ob ich hier noch was an Munition mache. Normalerweise wäre Flinte nice. Und an Flinte haben wir jetzt nicht mehr allzu viel. Gewehr haben wir elf noch. Ja, MP. MP würde ich jetzt nicht machen wollen. Aber wegen Minenaufsätze, da haben wir jetzt nur noch fünf. Ja komm, wir machen Flintenmunition. Macht am meisten Sinn, glaube ich. Ach guck mal, hier können wir direkt Rohstoffe S wieder. Magic, würde ich jetzt mal sagen. Ach guck mal, hier ist noch was. Ach guck mal, hier liegt sogar noch Flintenmunition. Ja krass. Hätte ich fast übersehen. Okay, da ist der Händler, genau. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Loslegen. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Oh. Aber ganz leise. Ach warte mal, habe ich Messer repariert? Ja. Habe ich. Okay. Nummer eins ist platt. Ah. Hier haben wir uns gesehen. Na komm. Ach du grüne Neune, der ist auch da. Ah Mist. Ah Mist. Das ist aber tot. Ja, Leon. Ja, ist natürlich blöd gelaufen jetzt, ne? Wollte mich eigentlich anschleichen, aber da war wohl nix. Der Satz mit X, da war wohl nix. Ähm, so hier haben wir alles. Ach guck mal, da war sogar ein Schatz. Magic. Sehr gut. Ja, ist natürlich doof gelaufen. Genau, sei mal ein bisschen leiser. Das ist halt die Frage. Ach, da oben ist eine. Ah okay. Müssen wir die so erledigen vielleicht? Jo, die mussten mal so erledigen. Da ist auch noch einer. Wir haben wohl keine Wahl. Ja, sehr schön, erledigt. So, dann komm mal her. Oh, da kommen wieder ein Viech raus. Sehr schön. So, dann haben wir den auch schon mal erledigt. Wie sieht es mit dem Bolzenschneider aus? Ach, da ist noch einer. Oh, Molotovs. Wo war die? Ach, da oben. Sehr schön, erledigt. Ähm, genau. Hier war noch was. Nehmen wir natürlich mit. Ein gelber Diamant. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal ein bisschen hier rum. Gewehr-Munition. Ah, okay. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Rohstoffe L. Wie ihr sehten. Hm. Weiß nicht, haben wir sonst noch was vergessen? Ach, guck mal, der liegt eine Handgranate. Sehr gut. Kurz mal nachladen. So, Bärenfalle wollen wir natürlich nicht... ...auslösen. Hier haben wir auch noch eine. So, da müssen wir weiter, ne? Aber wir gucken mal noch, ob irgendwas noch ist. Kann ja sein, dass wir irgendwas übersehen haben. Man weiß ja nie bei dem Spiel hier. So, da haben wir es. Genau. War hier noch etwas? Nee, ne? Okay. So, dann gucken wir mal hier lang. Ach, guck mal, da ist doch schon mal eine Kiste noch. Wieder ein bisschen Geld. Okay. Weil sonst war es das, ne? Gibt es hier einen Schatz oder so? Sieht nicht so aus. Außer der gelbe Diamant, den man vorhin gefunden hat. Ach, genau, das wollte ich vermeiden. Ei, 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 ei. Leon, Leon. Da sind wir wieder reingetreten. Ins Fettnäpfchen. So, und dann war das. Können wir noch ein bisschen Gesundheit. Okay. Dann wollen wir mal weiter, ne? Bin ich mal gespannt, was hier uns erwartet. Ich würde mal sagen, ich lade hier nach. Bis jetzt sieht der nach nix aus, ne? Okay. Ach, wer weiß, was der uns hier erwartet. Bin ich mal gespannt. Hier ist ein Schatz drin, ne? Okay. Ach, du grüne Neuner. Da wartet erst mal einer auf uns. Noch mehr Messer rein, bitte. Krass, ey, da wartet erst mal einer. Helg der Buße. Ah, okay. Sieht aber nicht so aus, als wenn man da was reinpacken könnte. Sonst haben wir hier alles, ne? Ah doch, da passen so drei Smaragde rein. Oh, da können wir sogar die drei Smaragde reinpacken. Sehr schön. Dann machen wir das doch später mal. Würde ich sagen. Wie sieht's mit dem Messer aus? Ja, da sieht's noch gut aus. Ach, guck mal, hier sind noch ein paar Kisten. Geld und Munition. Ich höre was. Ach, guck mal, da ist was. Da haben wir vier von 16. Ich glaube aber nicht. Ich denke mal, dass ich welche schon übersehen habe. Ich übersehe immer gerne was. Ah, okay, hier geht's weiter. was ist das hier? Können wir noch nicht gucken, ne? Alles klar. Ach ja, mir ist mal was aufgefallen, ne? Wegen Audio. Mach das mal ein bisschen runter hier. Ähm, ja doch. Ein bisschen aber nur. Mach ich runter. Ich hoffe, das ist so okay. Manchmal war das Spiel lauter als ich. Genauso laut, wie man es nennen mag. Verdächtig ruhig hier. Oh ja, sehr ruhig. Okay, das, das ist das große Tor. Aber bestimmt geht das noch nicht auf. Ja, da brauchen wir, genau, da brauchen wir was für. Okay. erst mal laden wir das nach. Ich glaube, hier ist gar nichts, ne? Noch nicht, ne? Kommt noch bestimmt. Kommt noch, kommt noch. Da sind wir, da ist einer. Könnten wir wahrscheinlich so irgendwie töten, ne? Oder? Wir erwischen mal jetzt. Sehr schön. Wo ist da? Oh. 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 Hat er uns gesehen. Aber passiert uns nichts gut. Ich dachte schon, da kommt jetzt was noch. So, hier haben wir noch etwas. Ein gelbes Kraut. Aber grün haben wir jetzt nicht, ne? Ne, da müssen wir warten. So, genau. Ah, da gibt es was. Verschlossener Schatz, okay. Bin ich mal gespannt. Aber da gibt es auch noch was, ne? Wir gucken erst mal ein bisschen rum, bevor wir hier überhaupt was machen. Wir gucken mal, können wir hier rein? Der ist zu, okay. Aber klar. Hier haben wir sonst nichts, ne? Der sieht nicht so aus. Hier ist der Bau gerade vorbeigelaufen. Okay. Hier gibt es sonst anscheinend nichts. Ja, dann gehen wir wieder nach oben, ne? Alles klar. Hier ist auch nichts, okay. Dann gehen wir mal weiter. So, wie sieht es denn hier aus? Ach, guck mal, da kommen wir da unten hin. Dann gehen wir mal runter. Ach, guck mal, da geht's auf, ne? Ach, guck mal, hier haben wir MP-Munition vergessen. Sehe ich gerade. Hier ist auch noch was. Hier ist auch noch was. Blinden. Hier ist noch MP. Hätten wir auch fast vergessen. So, wir gucken mal, ob da irgendwie noch ein Weg war. Ja, da geht's noch rein. In der Hütte. Oder was das da sein soll. Hier noch was? Ne, ne? Genau. Dann müssen wir hier rein. So, hier haben wir ein grünes Kraut. Ja, hier würde ich sagen... Bleib hier. Was? Was? Ja, wäre besser. Also, wenn das kommt, ne? Dann müsste auf jeden Fall gleich irgendwas kommen. Hier haben wir noch einen Wegschreiben, wo wir öffnen können. Dann kriegen wir noch einen eleganten Haarschmuck. Sehr gut. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall da runter. Ähm, da haben wir noch eine Truhe. Ach, warte mal. Hier ist noch was. Gewehr-Munition. So, hier haben wir noch ein paar Kisten. Ein paar Peseten. Hier geht's runter, ne? Da kommen wir wahrscheinlich hier raus. Ah, okay. Da wären wir wahrscheinlich von der anderen Seite zu gewesen, ne? So, dann haben wir da eine ganz kurze Unterbrechung. So, was gibt das denn hier? Ah, hier ist zu, okay. Okay, schau's. Hm. Boah, ich hab da dumme Gefühle, hier passiert was, ne? Oder? Ja, bestimmt, ne? Also, da ist mir ein bisschen zu ruhig, hier jetzt. Oh. Oh. Kettensägen. Super. Da war sowas von klar, ne? Oh, so ein Raketenwerfer jetzt, ne? Ja, anscheinend. Ich fühl mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Schnell raus. Oh, schnell weg hier. Schnell hoch da. Ist sie platt? Sieht so aus, ne? Ah, guck mal. Die Kurbel haben wir schon mal. Aber da ist noch einer. Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Ah, es brennt. Noch kurz nachladen. Sehr schön, die ist platt. Das war vier. Ja. Ey, das ist unfair, ja? Das ist unfair. Das ist aber dann nennen wir mal Heilungspray, würde ich sagen. Da war auch noch was. Ach, Mann. Och, ey, ich hasse das, ne? Echt jetzt? Nee, nicht wirklich, war keine Absicht. Aber sehr schön. Ja, ich hasse das. Ja. Ja, sehr schön. Facke. Da bin ich jetzt da abkratzt, ne? Ja. Aber mir war sowas von klar, dass da was passiert, ne? Also, das ist Resident Evil 4, like. Hat mich sowieso gewundert. Hier ist nämlich die Situation, wo im Originalteil kamen ja auch hier zwei Kettensägenfrauen. Und, äh, ja, dementsprechend, ne? Haben die halt nur anders eingebaut. Hat sich erst angehört, als wenn hier so Wackelköpfe wären. Ja, gut. Haben wir auf jeden Fall die Kurbel. Ich glaube, sonst ist hier gar nichts, ne? Nö. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum, zur großen Tür. Wo wir die Kurbel brauchen. So, da ist sie. Dann benutzen wir sie mal. Ach, halt jetzt. Ich mach mal die Stimme ein bisschen laut, ob's. Jetzt hab ich... Weiß jetzt nicht. Äh. Ja, so, ne? Oder? Ja, doch. Müsste so passen. Wenn nicht, ich justiere das dann nochmal nach. Na gut. Kataktollisiert. Wie sieht's aus? Okay, geht weiter. Dann laden wir mal nach. Ach, guck mal. Da sind Kisten. Aber hier ist auch noch eine Kiste. Die nennen wir natürlich mit. Ist ja logisch. Aber Rohstoffe S und Schießpulver. Ah, ist die Frage, was wir davon brauchen jetzt, ne? Das ist die Preisfrage. Mal ein bisschen Geld. Hier haben wir noch Munition. Blendgranate. Ah, okay. Blendgranate ist immer gut. Ähm. Ja, ich würd mal die nachladen. Den Bolzenwerfer. Aber mit Minenaufsätzen ist das Ding schon geil. Da muss ich sagen. Viel besser als die normalen. Was ist hier? Schießpulver. Sonst nochmal im Gepäck. Ne, sieht nicht so aus. Na gut, geht's hier weiter. Okay. Komm. Okay. Ach du Kocke. Müssen wir jetzt wegrennen? Oh, jo. Meine Güte. Ach, das ist echt blöd. Nein, nein, nein. Hat er den einmal in der Hand, ist der weg oder was? Ja, normalerweise nenne ich ja gerne alles auf, ne? Aber wenn der jetzt wirklich die ganze Zeit hinterherläuft. Boah. Ich hoffe, da kriegen wir jetzt noch gebackt. Weiterlaufen, komm. Das wird ziemlich hell. Ja, komm, Ashley. Weiter kann ich nicht. Ach doch, hier. Oh, ne, ey. Nein, nein. Das gibt es doch nicht. Oh. Das ist bitter. Naja. Ja, gut. Dann müssen wir das so regeln. Ja, gut. Ich nehme schon mal dann die Schrot in der Hand, würde ich sagen. Boah. Boah, jetzt treffe ich auch noch einmal, ey. Ja, komm, hat er. Ach, Mann, ey. Nur weil er mich erwischt hat, ey. Was für eine Grütze. Ja, da muss man explizit treffen, ey. Ja, anders geht das nicht. Oder muss man Blendgranate werfen. Ups. Neh mal die Blendgranate. Ignorier sie einfach. Was macht die denn da? Och, Mann, Ashley. Das gibt es doch nicht, ja. Ich laufe jetzt einfach weg, ey. Leckarsch. Ich nehme, ganz ehrlich, ich nehme jetzt die Schrotballer da alles weg, was mir in den Wegquere kommt. Und dann... War eigentlich ganz gut, ne? Was wir vorher gemacht hatten. Ah, Mann. Solche... Also solche Situation hasse ich wie die Pest. Ignorier sie einfach. Ja, komm, lauf weiter. Hier lang. Jawoll. Ich hoffe, das war's. Wir müssen weg. Nicht im Ernst. Ich hab... Dann lauf! Gerade so. Ja. Nach öfteres Versuchen haben wir es geschafft, ne? Hör zu. Er ist hinten. Was haben wir denn hier? Ah, Perseden hab ich vergessen, okay. Ja, die Perseden, die haben wir jetzt vergessen, aber ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Ja, und mit Blankgranaten, ne? Der war ja im Haus drin. Aber ist okay. Nur das Beste vom Besten. Ja. Willkommen. Ob ich mal... Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ähm, TMP... Will ich jetzt nicht tune? Meine Waffe, den eigenen Bedürfnissen... Das hat... Oh, hat etwas Künstlerisches nicht... Kaufmater nichts Neues, ne? Langsam verstehen... Ist das eigentlich mit dem Bonus? Das würde ich mal gerne wissen. So, der Wegschreienschlüssel, ne? Also, wenn wir den jetzt schon verkaufen können, ne? Ob Ob Obine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Haben wir jetzt schon alle geschafft, oder warum zeigt er mir das jetzt schon an? Ich denke mal schon, ne? Ein hervorragender Deal. Warten wir es erstmal ab. So, Schießpulver, ne? Ich bin noch mal überlegen, ob wir das für uns holen. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Bin ich echt am Überlegen. Apropos, ähm, verkaufen. Ah, jo, den Wegschreienschlüssel haben wir jetzt fertig benutzt. Ja, da würde ich sagen, dann machen wir hier davon drei rein. Dann passt das schon. Zack. Verkaufen. Ja, 30.800, ne? Magic. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Ja, glaube ich dir. Angenehme Reise. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, da war es mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ja, ich glaube, wenn das sowieso... Wenn der Wegschreienschlüssel jetzt schon weg ist, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich das Letzte ist. Und dann kommt wahrscheinlich die Burg, oder? Hier ist noch ein Schatz. Den können wir uns auch später noch einsammeln. Und in diesem Sinne würde ich sagen, mal gucken, was als nächstes passiert. Bis dahin. Tschüss und bis dann.